Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer-Podcast vom Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu Folge 8 von Die Oma wird nicht geschubst, unser Eberhofer-Podcast und ich sage es gleich weg, es wird die vorerst letzte Ausgabe sein. Was sich aber nicht ändert ist, dass ich wieder die Kathi und die Theresia mit dabei habe. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, auch von mir. Bevor ihr fragt, ja, die Theresia ist krank, ja, sie hat sich heute hierhin bemüht, ja, sie ist auf Schmerzmitteln, aber für den Podcast hat sie gesagt, versucht sie es, gibt sie alles, das finde ich sehr ehrenvoll. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn Theresia heute seltsame Sachen von sich gibt, hat es Druck zu führen auf Drogen und nichts Wildes. Gott, was sind denn die Ausrede für sonst? Wenn es noch wir, sonst ist es nicht mehr die Drogen und nicht der normale Gewisszustand. Das sagt die Frau, die es dauerhaft ist, okay. Ja, die extra zu der Quelle hingezogen ist, ne? Ja, das stimmt. Wir wollen, wer es noch nicht weiß, die Theresia wollte ich schon sagen, die Katharina ist ja umgezogen, ja, von Österreich nach Schweden und dann nach Österreich und dann wieder, also wieder nach Holland. Niederlande. 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 Ich glaube, bei den Romanen ist es die Nummer 10, oder? Ich habe aufgehört zu zählen, ich kann es dir nicht sagen. Okay, gut. Ja, sobald wir es noch nicht sollen. Ja, und ist es leider die letzte Folge, es gibt zwar noch Reragou Rendezvous, aber leider haben nur drei Viertel von uns den Film bislang gesehen und er kommt auch erst mit. Was? Drei Viertel von uns 15. Ja. Ich bin der Doktor Drittel. Das funktioniert besser. Mathe. Ja, 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 von mir aus auch so. Ich muss ehrlich sein, wir sind alle ein bisschen malat. Katharina hatte einen harten Arbeitstag, ich hatte einen harten Arbeitstag, Theresia ist auf Drogen. Deswegen wird das heute, glaube ich, ein entspannter und nicht besonders produktiver Podcast. Mal sehen, wohin es die Reise führt. Ein würdiger Abschluss. Also, wir werden Reragou Rendezvous in dieser Podcast-Reihe vorerst nicht behandeln. Wir haben aber vor, ein Ranking spezial zu machen, wollen damit aber warten, bis halt eben auch Katharina, die das Reragou Rendezvous gesehen hat und der erscheint erst Mitte Dezember im Heimkino. Das heißt, es wird noch ein bisschen was dauern. Seid uns da bitte gnädig, aber wir werden noch ein Special machen, wo wir alle verfügbaren Eberhofer-Filme ranken. Was geht? Ja. Ja. Das, so viel sei hier gesagt. Dann sei gesagt, ich habe mal eine KI beauftragt, Eberhofer-Titel zu generieren und muss sagen, das Ergebnis war sehr ernüchternd. Der einzige Titel, wo ich sage, ja, den finde ich gut, ist My Bums. Oh Gott. Also, liebe Frau Falk, liebe Macher der Filme, wenn ihr neue Titelvorschläge braucht, nutzt nicht Chat-GPT, da ist es ziemlich ernüchternd. Aber My Bums kann man nicht mehr. Aber da fehlt noch das Gericht. Ja, das stimmt. Und ich habe eines, ich habe eine Situation, ich bin immer auf dem Schnitzelskandal. Oh, das ist auch nicht schlecht, ja. Ja, Schnitzelskandal. Aber bei My Bums hat mir Bums, das muss man mal ganz klar sagen. Das hat mir Bums. Hopp, hopp, hopp. Ha, 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 ha. Keine Entscheidung ist kein Team, nicht Rosinen. Da gibt es keine Teams, es gibt nur nicht Rosinen. Dann ist alles falsch. Dann hat sich das ja damit auch erledigt. Demokratie ist was Feines. Demokratie gibt es ja, zwei von drei Seiten ohne Rosinen. Das ist demokratische Team. Der Mehrheit siegt, ja. Der Mehrheit siegt. Ja, also ich bleibe dabei, was ich letztes Mal gesagt habe, mir ist es echt vollkommen egal. Ich habe nichts gegen Rosinen, aber wenn da keine Rosinen drin sind, sind da keine Rosinen drin. Das ist mir vollkommen egal. Und ich habe sogar mal meine Mutter jetzt gefragt, ob sie sich erinnern kann, ob ich schon mal Kaiserschmarrn gegessen habe. Und sie meinte wohl, wir waren einmal im Winterurlaub in Österreich und dann gab es da wirklich auch Kaiserschmarrn. Und jetzt, haltet euch fest auf meine Frage, ob da Rosinen drin sind, hat sie gesagt, ja, da waren Rosinen drin. Und das in Österreich. Ich bin schockiert. Ja. Ja, und bevor wir jetzt mal anfangen mit dem Kaiserschmarrn, noch liebe Grüße an unseren größten Fan, an Kathiridas Mutter. Ja, Weibauers. Ja. Unser größter Fan, die uns mit Fotos von Kaiserschmarrn auch beliefert. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, das war es mit der Fokus. Ich würde lieber mit dem Kaiserschmarrn beliefert, wäre nicht bloß mit Fotos. Aber gut, macht wenig Sinn, nach Deutschland, nach Bayern zu schicken. Aber ich möchte, ich meine Katharina des Mutters gerne machen möchte. Also ich, wo meine, ihre Adresse gebe ich jetzt, also meine Adresse gebe ich jetzt. Aber die kann ich nicht, das ist wurscht. Gut. Jetzt aber zum Google-Hof-Geschwader und wir beginnen mit der Synopsis. Google-Hof-Geschwader. Der entspannteste Dorfpolizist vor ganz Bayern, der Franz Oberhofer, kantert sie eigentlich auf sein Dienstjubiläum freien. Aber vorher hat das nicht nur mit dem unverhofften Familienzuwachs zum Dorf, sondern auch nur mit Glücksspul und organisierten Verbrechen. Alles der Mafiosi, der Geld alldrehen mag, die Google-Hupf oder Oma zerschierst, da hat die Gaudi für den Eberhofer ein Loch. Die Ermittlungen sind zusätzlich schwer, weil der Rudi eine neue Flamme hat. Und die sprengt das eingespielte Fahndungs-Dream-Team. Außerdem ist ganz niederkalten Kirchen im Lotto-Fieber. Der Flötzinger denkt schon, er war halt Millionär. Und was hat es eigentlich mit dem Lotto-Otto zum Dorf, der am Franz verdächtig ähnlich schaut? Und zu allem Unglück wird der Franz vor seiner Susi Anozypaartherapie genötigt. Für einen phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung. Ja, das war die offizielle Synopsis und erneut vorgelesen von der wunderbaren Anna. Vielen Dank nochmal dafür. Die hat uns wirklich sehr lieb unterstützt bei diesem Projekt. Und was ich sagen muss, dass dieser Eberhofer-Film für uns alle drei ein besonderer ist. Für mich ist es ein besonderer, denn es ist der erste Eberhofer, den ich im Kino gesehen habe. Und ihr habt ja auch eine gemeinsame Geschichte, oder? Der ist noch der erste, den ich im Kino gesehen habe, aber der einzige bis jetzt. Und nicht nur habe ich ihn im Kino gesehen. Ich habe den Bayern im Freiluftkino mit der Theresia gesehen. Ja, bei Ströhlenregen war herrlich. Ich habe schon über Regen gearbeitet, aber ich habe es durchgeführt. Ja, der kam zu der damaligen Zeit bei uns im Open-Air-Kino. Und leider hat an dem Tag, wo Kati und ich beschlossen haben, ins Kino zum Gehen, geregnet. Es war jetzt nicht so schön, aber generell das Erlebnis war super. Ich muss auch sagen, das war wirklich auch der Film, ich habe es ja schon im Vorgänger erzählt, da war es auch schon so, dass er hier populär war. Aber bei Google Luftgeschwader, da hat man wirklich gemerkt, okay, da kommt ein neuer Eberhofer ins Kino. Das war ja bei uns im Rheinland, in der Rheinland-Provinz, sonst immer so mehr so ein Nischenprodukt, nenne ich es mal. Aber schon bei dem Vorgänger-Kaiserschmann-Drama hat man so ein bisschen gemerkt, okay, das hat eine Fanbasis. Und bei Google Luftgeschwader war es auch wirklich so, dass der Film sogar bei mir im Vorort-Multiplex läuft. Und das soll schon was heißen. Ich habe mich auch erinnert an Riesen, also von Österreich, weiß ich, genau, immer Dinge, aber auch Riesenplakate, in welchen Cineplex-Kinos und auch Aufsteller und Banner und Werbung überall. Also ich fände das in den ersten Jahren nicht. Also ich kann mich auch sehr stark an die ganzen Werbekampagnen erinnern. Ja, aber ich weiß gar nicht, wann es wirklich dann so angefangen hat, dass das bei uns so groß gewesen ist. Also ich kann es gar nicht mehr sagen, also ich glaube auch schon, dass es bei uns bei Kaiserschmann definitiv schon so gewesen ist. Aber ab wann ich das so wirklich registriert habe mit der Werbetrommel und diesen riesigen Plakaten, bin mir nicht mehr sicher, ab wann es dann halt bei uns so gewesen ist. Es war halt einfach, Emo war halt irgendwie immer da. Also man hat ja gewusst, okay, jetzt komme ich ein neuer. Und Google-Beschwader war ja auch, glaube ich, der, auf den wir lange gewartet haben, wegen Corona auch. Der wurde ja, glaube ich, auch mal verschoben. Ja, Kusaja. Das war ja auch noch da Teil. Aber er kam dann raus, hatte seine Premiere im Sommer 2022 und kam dann offiziell am 4. August in die Kinos. Theresia, du hast ihn mehrmals gesehen im Kino? Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, einmal ja in der PV in München. Da waren wir direkt da bei Konstantin in dem eigenen, heim eigenen Kinosaal. Und eben das zweite Mal dann mit Kati im Kino. Und ich glaube, dazwischen habe ich ihn jetzt auch mindestens auch schon Nummer zwei Mal gesehen. Ja, also den gibt es ja auch mittlerweile auch auf DVD und auch im Stream. Allerdings nicht bei Netflix, wo ja die anderen Teile gerade alle sind. Und ich habe ihn auch jetzt nirgendwo in der Mediathek erwischt, aber er lief schon offiziell im Fernsehen. Also er könnte da auch Glück haben, dass der in ein, zwei Tagen oder Wochen auch mal irgendwo in der ARD oder... WDR-Mediathek. Ja, wenn ich uns so glücklich kenne, wenn der auf paar Tausend jeden Tag darauf komme, der wieder in den Mediathek. Das zieht sich wirklich wie so ein roter Farben durch diese Podcast rein. Wenn wir sagen, ach schade, die Filme sind nicht da, eine Woche später, bim, alle da. Das ist, ach, schlimm. Naja, gut. Wir wissen jetzt, worum es geht. Und ich würde vorschlagen, lass uns mal zur Kriminalistik kommen, oder? Ja, sehr gerne. Tatort Niederkaltenkirchen Der Fall im Google-Hof-Beschwader ist der Fall rund um Lotto-Otto. Ein Name, der, sei mir ehrlich, sich ein Drittklässler ausgedacht hat. Ja, aber passt dann auch so. Er hat den Anseln braucht den Spitzname, der geht gleich von der Zunge, er hat sich an, und man weiß genau, was gemein ist, und er ist dumm. Ja. Die Frage ist, was zuerst war, sein Beruf oder sein Name bei der Erfindung? Wahrscheinlich erst der Beruf und dann der Name. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir sagen an den Händen, so, ja, Lotto-Otto, gut, da bin ich jetzt halt da, Lotto-Otto, und dann mach ich halt Lotto-Otto. Ja, ich hab hier bei Lotto-Otto hingeschrieben, Lotto-Otto, Klammer auf, King of Doof, Klammer zu. Ja. Weil er ist wirklich nicht die hellste Leuchte auf dem Google-Hof. Und ich finde, seine Figur, die könnte so auch aus einem Film der Kohn-Brüder stammen, weil der halt so auf eine lakonische Art und Weise so absurd doof ist oder naiv. Also es gibt ja wirklich Momente, wo ich mir wirklich dachte, was ist das für ein Typ? Weil er ja wirklich, also er müsste auch eigentlich wissen, wie gefährlich das ist, was er tut. Und gerade wenn du denkst, so, okay, er hat's jetzt gelernt, nee. Dann denkt er sich so, ach nö, dann guck mal hier, noch eine Scheißwurst, da trete ich nochmal rein. Ja, und auch das Outfit. Also auch mit dem Outfit kriegt er ja Pluspunkte, weil das ist echt so speziell da irgendwie mit diesem grünen Käppi, wo du dir denkst, also der Kunst mir vorher ist wie ein Zwölfjähriger und so verhält er sich auch und so zieht er sich auch an. Einfach das, was er findet, zieht er sich an, ob es jetzt zusammenpasst oder nicht. Das stimmt und er hat sich ja mit den Falschen angelegt und wir finden ja im Laufe der Handlung heraus, dass es sogar ein Polizist ist oder Polizisten, nämlich korrupte Ex-Kollegen oder noch Kollegen von Eberhofer, die im Nachbardorf stationiert sind. Der Chef heißt Mike und ich muss sagen, auch wenn der Film von der Kriminalistik auch keine Bäume ausreißt, muss ich sagen, ich fand ihn aus der Sicht einfach nur gesehen als Kriminalfilm, fand ich ihn besser als seine Vorgängerfilme. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich finde auch, also ich finde den Fall und alles, was so aufbaut, wird auch die ganzen Charaktere und so. Ich hatte wirklich Spaß mit dem Kriminalfilm, der, der mir, glaube ich, so nach dem ersten Mal schaue, der am meisten im Gedächtnis blieben ist und der irgendwie anders, es ist kein Brötage-Satz, aber der irgendwie, wie er meistens von dem anderen irgendwie abhebt, so von wie ihre Sachen angehen, was passiert und welche Leute da dann als der Techniker und als Täter und alles Komplizen hinterlaufen werden. Ja, weil es ist halt schon immer das Bild von den, gibt es ja eine andere Sache, dass halt auch die Polizisten, es halt korrupte Polizisten gibt und du dich halt mit denen besser nicht anlegen sollst. Nur hier ist es natürlich wieder im Eberhofer-Style, aber trotzdem ist es schon sowas, wo du denkst, ja okay, da hat er sich jetzt vielleicht mit den Falschen angelegt. Und man muss auch sagen, wie ich finde, dass der Eberhofer-Film ist, der am besten aussieht. Wir haben am Ende ja so eine regelrechte Western-Hommage an der Wild Bunch, so ein Shootout und das sieht halt wirklich geil aus. Ich finde auch, dass das Ende von dem mit Abdank die beste Auflösung von dem Eberhofer ist. Einfach auch von wie das in CDX-Sation, was am Schluss noch passiert, auf dieser Shootout und dann auch die ganzen Google-Steine-Zeule herfliegen, das ist schon cool. Das war schon was. Ja, mir ist, glaube ich, erst beim dritten Mal ausschauen aufgefallen, da hat sich jetzt das Bildformat geändert, war das schon immer so. Weil es hat so richtig, also die Musik und so weiter, wirklich so das Kamerabild, das ist wie in so, ja so in Western-Filmen, wenn es halt quasi zum finalen Duell geht. Das hatte was, das hatte echt sowas Hollywood-mäßiges. Ja, es hatte so eine Cinemascope-Optik, sage ich mal. Und das haben sie auch wirklich gut umgesetzt. Es war schade für die ganzen Google-Hupfs, die da drauf gehen. Ja. Wobei, ich dachte, es sind mehr, es waren aber wohl nur fünf. Ich habe das Making-of heute nochmal gesehen und da wurde gesagt, es wurden wohl Dutzende Google-Hupf vorbereitet, aber letztlich wurden nur fünf geopfert. Was ich sehr schön finde, weil nur ein ganzer Google-Hupf ist ein guter Google-Hupf. Wobei ich mich frage, wo haben die Vollidioten hingeschossen? Weil zwischen dem Saugstall, wo sich dann die ganze Gruppe befunden hat und dem Wohnhaus ist ja einiges an Abstand dazwischen. Also da frage ich mich schon, wie weit die Kugeln da geflogen sind. Aber gut. Ja, das sind Kleinigkeiten. Da brauchen wir nicht nachdenken drüber. Ja, das ist mir auch gefallen. Aber was ich auch witzig fand, ist dann so, eben nachher wieder, wenn dann alles vorbei ist und dann ist es wieder so typisch, das würde auch meine Mama machen wahrscheinlich oder auch früher meine Oma. Die Oma muss wieder zusammenkehren und muss die ganzen leeren Patronenhülsen wieder zusammenklauen, weil es sonst keiner macht. Ja, was wird denn ohne die Oma machen? Ja, definitiv. Die Oma wird nicht geschubst und vor allem die Oma wird nicht abgeballert. Genau, das ist das Wichtigste. Ja, das ist ganz wichtig. Ansonsten, wie gesagt, der Kriminalfall ist nicht speziell. Der schlägt keine besonderen Haken. Es ist ein bisschen überraschend, sage ich mal, dass ein Polizist sowas ist wie der Oberschocke in dem Teil. Aber es ist so, er plätschert, also ich meine das nicht bösartig, aber er plätschert ganz solide so vor sich hin und hat dadurch so einen gewissen Flow, der mir sehr gefällt. Und es gibt ja auch so ein paar absurde Sachen, die auch wirklich gut integriert sind. Also sie fahren ja einmal nach Tschechien und treffen da den Max, den Sohn vom Simmerl, der sich als Partytier zeigt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die jetzt funktionieren. Aber dieses Stil hat null Mehrwert. Also ich check immer noch nicht. Ja, aber wie gesagt, los ist, ja. Aber ich finde, ich glaube, das ganze Thema sowas. Es wird gerade auch im Waffenmilieu spielen, dass sie dem Lotto ihren halben Stil irgendwie abschneit. Und dass sie dann einen Molotov-Cocktail in den Laden von seiner Mama werfen. Das ist alles sowas. Das könnte auch irgendwie so ein Bandenkrieg oder so in den N.A. irgendwo sein. Es ist ja quasi auch fast schon eine doppelte Huddanit-Geschichte, weil es gibt natürlich einmal die Frage, wer sind der und die Täter? Und die zweite große Frage, die sich ja auftut, ist, wer ist eigentlich der Vater im Lotto-Otto? Ja, ja, ja. In den großen Lotto-Heibnissen und es gibt mehrere Anwärter darauf. Ja, Eberhofer Junior oder Senior. Ja. Ja, gut, aber der Senior gesteht ja erst zum Schluss, dass er der Vater vom Otto ist. Weiß ja schon, weil der ganze Zeit steht im Raum, ob halt wirklich Franz der Vater ist. Und er sagt, glaube ich, hundertmal, er ist nicht der Vater von dem Buben. Ja, gut, aber der Baffer ist auch nicht der Vater. Also, weißt du, was? Das muss man auch sagen, es kommt halt raus, keiner von den beiden ist der Vater. Und wir werden auch Lotto Otto in Regra-Gug-Gondez-Vu nicht wiedersehen. Das ist ja auch so eine Thematik, die sich ja auch durch den Podcast zieht, dass wir ein paar Sachen haben, wo die Reihe sich treu bleibt und es weitererzählt. Und ein paar Sachen, die dem Film halt dann auch irgendwie vollkommen egal sind. Also, wir kommen jetzt gleich bei den Nebenfiguren auch zu, ich sag mal, Thema Neubau oder Hausbau. Da greifen sie ja auch die Vorgeschichte auf, aber Lotto Otto scheint mir so eine Figur zu sein. Ja, die haben sie mir jetzt mal benutzt und dann wird er fallen gelassen und kommt wahrscheinlich wieder. Ist es okay für mich. Find's in der Hinsicht aber schon ein bisschen schade, weil er schon gute Laune verbreitet, dieser Otto. Weil er halt einfach auf eine amüsante Art und Weise nicht der klügste Mensch auf dem Planeten ist. Das stimmt aber vielleicht gut so, dass sie ihn nach dem einen Film einfach zu den Bewohnern, die er keinen Kind zurücksteht und dann sein lassen, weil sonst wäre es, glaube ich, auch einfach zu viele, wenn sie über 30 so Filme, die in die Reihe reinholen würden. Ja, das wird dann auch die Dynamik und so den Diener-Filmen, glaube ich, sehr stark verändern. Und ich glaube, es ist gut, ich mag seine Rolle in dem Film auch. Ich finde es gut, dass sie in dem Film, der passt dann zu mal in die Geschichte und alles, aber vielleicht auch gut, dass sie danach wieder keine Rolle spielen. Ja, man muss ja dazu sagen, also er spielt jetzt nachher, dann ist in Lederku ja keine Rolle mehr und du hast ja vorher noch nie was von ihm gehört. Also du kennst natürlich Niederkaltenkirchen, das Rathaus, Metzgerei Simmern und dann Wolfi, das Wirtshaus, aber von Lotto-Laden hast du trotzdem noch nie was gehört. Für das, dass da der Eberhofer da immer seinen Tabak kauft, hast du dir noch nie mitgekriegt, dass er da dort in dem Laden ist. Ich nehme es dem Film aber nicht übel. Nee. Ich muss auch sagen, sie holen auch das Beste aus der Figur raus und ich glaube, also mit einer meiner Lieblingsszenen, abgesehen vom Shootout zu Ende, ist halt wirklich die Szene, wenn er, also Eberhofer da seinen Tabak holt und dann wird dieser Anschlag da drauf begangen und Eberhofer sagt so, ey, da hat jemand auf deinen Laden geschossen. Nee, das war ein Steinstein. Ja, nee, da ist eine Kugel. Nee, die ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, übrigens ein schönes, noch eine Sache, übrigens ein schönes Foreshadowing ist, dass die Kugel den Kuchen der Mutter trifft. Also es wird quasi das Kugelhof-Massaker am Ende vorweggenommen. Aber bei Lieblingsszenen ist ja, ich glaube, dieser Film hat auch die absolute Lieblingsszenen in allen Eberhofer-Filmen. Und zwar ist es, wenn sie nach Tschechien fährt und dann will sie mit dem Auto, oder der Autoflatt auch in Ruhe das Auto. Genau, mit ihm nach Tschechien. Genau, mit ihm nach Tschechien. Und verkauft es. Und verkauft es, genau. Und dann will sie suchen, wo ist ein Auto? Und zieht das in so einem Mordblatt-Auto, keine Ahnung. Und schoppt dann so einem Wohnwagen-Anhänger an. Und dann kommt so ein Typ raus, der dann bedroht, der schreit nur, ich bin ein EU-Bürger, ich habe Rechte. Das ist das Allerbeste. Er merkt sein Auto wieder, ich bin ein Trailer. Und er merkt sein Auto wieder oben, ja. Genau, genau. Und ich liebe diese Szene, das ist so eine lustige Reaktion. Wenn ich da irgendeine Bedrohung, du kannst dir auf jede Art, weil wir da genau unterscheiden, ich bin ein EU-Bürger, ich habe recht. Das ist auch die deutschste Reaktion, die man was haben kann, oder? Das stimmt. Das ist ein typischer Birkenberger. Ja, absolut. Mir ist übrigens noch mal aufs Eingefallen, es wird ja noch eine Straftat begangen in Gugelhof-Geschwader. Und zwar Lotto-Otto unterschlägt ja Geld. Also es gibt ja diesen 17 Millionen Euro-Jackpot, den ja Oma Eberhofer gewinnen will, wegen Schulden. Und der Lotto-Otto nimmt halt diese Scheine an, aber die Maschine ist nicht eingeschaltet. Sie ist nicht verbunden mit dem Netzwerk. Und deswegen betrügt er ja quasi seine Kunden. Das kommt auch noch heraus. Und ich muss sagen, dafür, dass der Mann, also der Lotto-Otto vermutlich echt starke Schmerzen hat, weil ihm jemand einen Finger abgeschnitten hat, wirkt er immer noch erfreulich. Ich glaube, ich würde nicht so fröhlich sein, wenn ich einen Finger verloren hätte. Vielleicht ist es auch einfach wie die Therese auf Schmerz, mit so dessen guter Lotto. Das kann sein. Der ist wahrscheinlich, der ist echt da kühl, was das angeht. Und der ist auch, der wirkt ja nicht nervös. Also überhaupt nicht. Selbst wenn dann der Eberhof sagt, hey, da hat jemand in der Ladengeschuße. Ah nein, das war ein Steinschlag. Also der wirkt da, wenn er seine Geschichten erzählt, komplett ruhig. Er ist so nie nervös. Aber weißt du, was das Interessante ist? Es gibt Figuren, da würde ich sagen, okay, das ist eine coole Figur. Bei dem wirkt das einfach nur, er ist dumm. Er ist blöd. Er versteht sich besser. Ne? Gut. Ja, weiß man nicht. Oder er versucht halt immer, er ist halt wie so ein Schlawiner, der hat dann immer versucht, irgendwie das Beste, so eine Situation zu machen. Oder halt da den Spieß wieder umzudrehen, was halt nachher halt dann nicht klappt. Okay, damit haben wir den Kriminalfall abgehandelt. Ich würde sagen, es wird jetzt Zeit für ein Wort von unserem Sponsor und danach machen wir weiter mit den Nebenfiguren. Dieser Podcast wird gesponsert von Katis Mama ist die Bäsch. Der Rudi und der ganze andere Haufen. Ja, zum letzten Mal in dieser Podcast-Reihe werden wir uns um die Nebenfiguren kümmern und Überraschung, es sind wieder einige. Nein, wir haben nichts. Vielleicht fangen wir mal mit der Nebenfigur an, die hier ihren, ja nicht ersten Auftritt hat, aber ihren ersten richtig großen, nämlich Hinkelotter. Der neue Hund von Eberhofer, den wir ja schon im Vorgang gesehen haben. Ein dreibeiniger Hund, oder Hündin ist es, die jetzt den verstorbenen Ludwig quasi beerbt und Eberhofer ist nicht amused. Ja, er bin halt ein Ludwig, das ist jetzt. Also, so leider ist es dramatisch. Das ist so was geil. Ja, es kommt für den, der Ludwig ist gestorben und dann meint das Thema Hund für ihn quasi auch erledigt. So quasi, er will dann nicht einfach wieder mit dem Nächsten weitermachen. Ja, ich kann es verstehen. Ich muss aber sagen, ich finde die Geste total lieb und süß und Rudi. der sich in diesem Film auch wieder komplett als Diva zeigt. Also, Rudi at his best. Aber die Reaktion vom, also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann den Eberhofer verstehen, der seinem Hund immer noch hinterher trauert. Aber so forsch, wie er den neuen Hund ablehnt, das hat halt weder der Rudi noch der Hund an sich verdient. Also, da finde ich, hat der Birkenberger schon einen guten Punkt. Allerdings muss man sagen, wie Birkenberger dann darauf reagiert, erkündigt ihm ja wirklich die Freundschaft, ist dann auch wieder ein bisschen zu harsch. Aber, so viel sei gesagt, dass sie versöhnen sich ja nachher im Kreisel. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es wird ja eigentlich sogar eine Feier abgehalten für Eberhofers, zehnjähriges Dienstjubiläum. Nein, aber für, ja, also für seine, für seine Dienste bei der Polizei. Ja, und am Ende ist es halt wirklich so, das fand ich ganz schön, dass er und Birkenberger nicht da sind, weil sie sich im Kreisel versöhnen. Das ist eine sehr schöne Szene, aber bis es dazu kommt, dauert es halt ein bisschen. Ja, für die Eberhofers in Birkenberger schon im Krankenstädterklassen ist, wie schön es sich dort wieder versöhnen. Ja, definitiv. Muss aber ganz klar sagen, also ich bin hin und her gerissen, Rudi ist wieder, die war hoch zehn, aber nicht zu Unrecht, was zumindest die Thematik Hund angeht, finde ich. Ja, ich muss ja sagen, wir können beide Seiten viel auch immer Zierer schenken, also ein schwieriges Thema, aber ja, den Mund so abzubeißen ist geil, aber die daraufhin so eine Freude zu kündigen, ist auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber wir kennen sie mittlerweile in seinen Szenen, wir wissen schon, wir wissen, dass sie absolut die Hitsgruppe sind bei den Stur-Schädeln, das alles. Wer hat denn sich gedacht, dass es anders enden kann? Für mich ist Google-Grupp-Schwader ja auch deswegen interessant, weil Rudi endlich mal nicht mehr so alleine ist und da kommen wir jetzt zum großen Thema und ich weiß nur, als ich den Film damals gesehen habe im Kino und diese Figur taucht drauf, da habe ich so gesagt, so danke Gott, weil ich wusste, mit dieser Figur kann ich arbeiten, denn diese Figur hat einen recht ähnlichen Namen wie eine Person, die hier auch anwesend ist. Ja, echt? Nämlich, ja, Theresia, du willst was sagen? Ja, vor allen Dingen, also ich habe den Film einen Tag vor dir gesehen und ich habe mir schon gedacht, scheiße, das würdest du auffallen, damit werde ich wieder verarscht werden. Das ist doch eigentlich nicht für mich so ein Klettern, so der, wie sie doch wohl ins Lipschen bleibt, ich sehe, nicht für mich verletzt, ähm, Theresia hat es dem Zeitpunkt groß, dass sie wird sich mit dem Rest des Lebens verkleiden, das wird sich nicht mehr los. Ja. Ja, also Rudi hat eine Freundin, die heißt Teresa, nicht Theresia, aber so ein I ist mir ja scheißegal und die versucht, ihren Rudi halt so ein bisschen, ja, die Sonnenseite des Lebens näher zu bringen, denn unser Rudi ist ja mehr so der Pessimist, was ich ja wieder toll finde ähm, und ich muss sagen, ich finde Theresia tut dem Rudi gut. Theresa, verdammt. Da war das Freund, da war das Freund. Ja, genau. Ja. Es war Absicht. Ja, nee, also die Teresa tut dem Rudi gut, nicht nur, weil, nicht nur eben innerhalb der Handlung, dass sie ihn so ein bisschen leidet, sondern ich finde, dass die Figur das auch ein bisschen hilft, dass er einen weiteren Konterpart hat neben Eberhofer. und ich muss auch sagen, ich finde es auch charmant, diese, ich nenne es mal Dreiecks, beziehungsweise es jetzt nicht, aber diese Dreierkombination, Eberhofer, Birkenberger und Teresa. Ja, aber das ganze Ding in die Zeit, Rudi auch wieder kein gutes Ende. Ja. Das stimmt. Aber das war auch eines der komischsten Bilder, wo ich mir gedacht habe, ich will das nicht in meinem Kopf haben, weil, also, ähm, der Franz, wo ja dann halt, nachdem quasi der Lottoladen in Luft geflogen ist, will er, glaube ich, an Lotto Otto eben bei Rudi verstecken und der Rudi ist ja doch nicht gut auf ihn zu sprechen und dann macht er die Tür auf und der Rudi hat einen sehr, 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 sehr kurzen Bademantel wo. Und steht da dann halt im Gang mit der Teresa und ich habe mir gedacht, mir ging es wie Lotto Otto und ich habe gesagt, können wir nicht gehen, die zwei sind verrückt, können wir nicht bitte gehen. Wenn das Rudi einfach ein bisschen verrückt ist, ist das nicht zu reden, dann sind wir und Freunde haben auch gemacht, dass die Sachen nicht besser sind, macht die, glaube ich, auf einer weiteren Ebene ein bisschen verrückt oder ein bisschen die Alarm lassen durchdrehen, keine Ahnung. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich bei denen in der Wohnung schlafen wollen würde, wenn ich ehrlich bin, vielleicht doch leben auf der Straße und dann das doch lieber nehmen, anstatt in dieser Wohnung schlafen mit denen. Ja, aber ich finde die Figur an sich schon irgendwie ganz nett. Ich kann verstehen, dass sie nicht weitergenommen wurde, weil sie sich ja auch trennen, wie gesagt. Also sie lässt, sie verlässt sich für ein Otto, ja. Ja, das, ich möchte jetzt hier nicht anfangen mit meiner Fake-Verlobung mit Theresia, aber Ich habe mich gerade eben bei der Kriminalistik geirrt, es gibt sogar noch ein Verbrechen. Noch eins? Ja, ein Diebstahl. Frau Eberhofer, also Oma Eberhofer wird beklaut. Franz Eberhofer klaut der Oma beziehungsweise auch seinem Bruder den Lottoschein. Ah ja, ja. Denn, das soll erklärt sein, wir haben ja in der letzten Film gehabt, dass Leopold so ein bisschen Tabula Rasa gemacht hat mit dem Neubau und das ist natürlich kostet viel, das jetzt wieder herzurichten, die Versicherung will ich zahlen, das heißt, die Familie hat Schulden und es gibt ja gerade diesen 17 Millionen Euro Jackpot und Oma setzt jetzt alles daran, Lotto zu spielen und gibt, glaube ich, fast über 500 Euro aus und einer dieser Lottoscheine, den nimmt halt einfach der Franz an sich, weil er braucht noch ein Geschenk für den Flötzinger, der Geburtstag hat und siehe da, genau dieser Schein ist halt der Millionenschein, der aber ungültig ist, weil halt eben der Lotto-Otto-Ding gar nicht erst eingescannt hat, beziehungsweise nur so getan hat, was ja den Eberhofer in die Bedrohung bringt, denn Flötzinger ist jetzt reich, gleichzeitig denkt aber der Leopold, verdammt, die Zahlen habe ich auch getippt und sucht den Schein und geht dem Wahnsinn immer näher, deswegen, wieder noch ein Verbrechen, das ist ein sehr verbrechensreicher, ja, ja, also, ein Verbrechen nach dem anderen und keins, also, ich weiß nicht, alles von Diebstahl über Molotov-Cocktails, über, ja, nochmal Diebstahl vom Auto und was weiß ich, einfach alles in Früh, das ist abwesendig, für euch, ja, die Kinder da haben, dann kommt. Einmal alles und dann auch noch, hopp, noch ein bisschen so Selbstmordgedanken, kommt dann nachher auch noch beim Leopold auf, der ist dann irgendwie also dem Wahnsinn nahe. Ganz ehrlich, das ist meine Lieblingsszene aus dem Film, ist, wenn Leopold sich umbringen will, aber es nicht schafft, weil diese Polizisten angreifen und er dann total sickig ist und dann wirklich denkt so, fuck you und dann auf John McClane macht, großartig. Ja, nur bis es aber rausgeht mit der Schrotflünste in der Hand, mit der er sich vorher erschießen wollte. Ja, kann man sich nicht mehr in Ruhe erschießen. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, dass bei Guru Bespann wieder sehr gut durchkommt, dass der Franz Eberhofer ein netter Mensch sein kann, aber ein guter Freund ist er nicht immer, weil er ja Flötzingers Geburtstag auch wirklich vergisst und es ist ihm auch relativ egal, weil Flötzinger hat ja eh nicht so gute Stimmung, denn es kriselt ja mal wieder. Ja, bei dem kriselt es schon seit ein paar Filme, dass seine Frau nicht wiederkommt. Ja, und da muss ich jetzt auch nochmal kurz einhaken, weil ich kann mich nicht mehr anders aus dem Buch erinnern, aber im Buch war diese ganze Lotto-Geschichte alles etwas anders da. Es kam im Buch auch dieser Anruf beim Eberhofer an, wo der Wollschorow schon sagt, hey, du, der Flötzinger Geburtstag, wir haben die Leute vergessen, komm bitte. Und dann organisiert das wirklich der Eberhofer, dass du wirklich dann halt, der Eberhofer kommt mit seiner ganzen Familie, der kommt mit der Susi, mit der Oma, mit dem Paul, die machen da wirklich dann noch eine schöne, schöne Feier, wo wirklich halb in jeder kalten Kirchen da ist und der Flötzinger kriegt auch nicht als Trostgeschenk quasi einen Lottoschein geschenkt. Und es gibt auch, glaube ich, nie irgendjemand, dass irgendjemand den Lottoschein, also dass da irgendjemand Gunger hat, weder die Oma noch der Flötzinger. Also das ist alles quasi neu geschrieben worden für den Film. Erzähl, okay. Hast du das so eine große Enderung zum Buch? Doch, auch diese Shoot-Ausszene war, glaube ich, nicht im Buch, weil ich das ziemlich lahmarschig fand, wie das Ende war. Entglaubt. Die Schwozene da. Die macht den Film besser. Die macht den Film besser, aber diese ganze Story eben drumherum mit dem Lottogewinn und dem vertauschten Lottoschein und dem Adhan gekommenen Lottoschein, das gab's heute nicht. Gab's in dem Buch wenigstens den Traum, dass der Flötzinger vom Reichtum träumt, von seinem Sanitärimperium und dass da ja, etwas dickere Damen halbdocken rumtänseln? Nein, es gab nicht den Traum vom Flötztauer und von wie weiß er was, wo er noch flötzen will. Gab's nicht. Der Flötzinger ist Schreck-Charakter, das kann man nicht abstreiten. Ja, aber ich muss sagen, ich fand's zu viel. Ich hatte tatsächlich mit Lotto Otto in dem Teil als komischen Charakter mehr Spaß und mehr Freude als mit Flötzinger. Inheft. Es war mir, also gerade dann diese Musiknummer da, wo er dann anfängt zu rappen und diese Damen da um ihn rumschwören, das war mir zu viel. Es gibt immer so diesen Moment, wenn ein Film oder Serie oder Reihe merkt, eine Figur ist besonders beliebt und dann wird hier halt richtig so immer wieder so ins Zentrum gepusht und das ist bei Flötzinger der Fall. Und manchmal funktioniert es ganz gut wie in den ersten Film, aber ich finde tatsächlich bei Google Gespader es hätte, glaube ich, nicht geschadet, wenn sie Flötzinger ein bisschen nicht rausgenommen hätten, aber vielleicht ein bisschen dezenter positioniert hätten. Für mich hat das nicht so gut funktioniert. Finde ich glaube ich gut, dass der Allard in den nächsten Filmen nicht mehr vorkommt. Ja. Was mir halt auch beim Flötzinger nicht gefällt, also welche Szene mir auch dann, wo ich dachte, okay, jetzt bitte noch so eine Szene, war dann die, wo, ich weiß nicht welche das waren, also ich würde behaupten, sie sollten quasi Zeugen Jehovas darstellen, die quasi in die Tür klingeln und das Wort Gottes verteilen und der Flötzinger am Morgen in dem Koffer, den die rumtragen, sind alle 17 Millionen drinnen. Ja. Also die Szene fand ich auch nicht wirklich witzig. Muss ich auch sagen, ich meine, Kathi hat die noch nicht gesehen, aber das ist ja auch das in Anführungszeichen Problem von Rera Gournevu, dass da ja auch wirklich eine relativ lange Phase oder Szene drinnen sind, die als Kurzfilm genommen vielleicht ganz amüsant wäre, die aber den Film an sich so ein bisschen ausbremst und das hast du hier halt auch wieder. Es sind vielleicht einfach zu viele Nebenfiguren mittlerweile. Und was mir auch gefallen hat, sind dann immer so diese kleinen Sachen und das ist, was mir in den letzten Filmen immer mehr aufgefallen ist, ist, dass es passiert zwar vorne irgendwas, wie in dem Film, was auch wieder so, dass vorne irgendwie Susi und Franz gestritten haben. Ich glaube, sie haben da gerade aus dem Sauerstoff rausgeschmissen und im Hintergrund sieht man einen Leopold, der, glaube ich, im Staubsaugerbeutel ausleert, weil er halt irgendwie diesen Lotto-Zettel halt zuhört. Und es ist immer sehr schön, wenn du solche Szenen hast, wo dann zwar vorne was passiert, aber eigentlich ist das Interessante drin hinten, wie beim Reda-Go-Ronde, wo dann im Hintergrund immer die Oma mit dem Fahrschuhauto vorbeifährt. Lass uns mal über Leopold reden. Ich habe ja schon in den letzten Filmen gesagt, ja, der tut mir echt leid. Das war nie meine Lieblingsfigur und der soll ja immer sehr spießig sein. Aber wie gesagt, bei Kaiserschmal-Dramat hatte er mir wirklich leid und da konnte ich ihn auch verstehen. Er hatte ja wirklich, kann man sagen, einen Nervenzusammenbruch, der dann noch gut geendet ist mit der Geburt seines Kindes. Jetzt ist er halt wieder alleine auf dem Eberhoferhof ohne seine Panida und seine zwei Kinder und ist halt wirklich ein, ich sag mal, ein gebrochener Mann. Immer noch im Kontext zur Eberhofer-Reihe. Also ganz so ernst ist es nicht gemeint. Trotz allem tut ihm mir auch hier wieder leid. Und ich meine, er will sich halt umbringen. Und ja, es ist amüsant. Und das ist auch übertrieben. Aber Leopold wird gerade so in den letzten oder vorletzten zwei Filmen für mich zu so einem geheimen Seedstealer. Also das hätte ich niemals gedacht. Weil den ersten Film war Leopold einfach der Spießer vom Dienst, ja, wo es mir auch Spaß gemacht hat, wenn man sich über den lustig gemacht hat. Aber bei Kaiserschmarrn-Drama und Gugelhupf, Kaiserschmarrn-Drama und Gugelhupf, ist es bei mir zumindest so, dass er mir wirklich ehrlich auch leid tut. Ja, er hat es ja auch nicht leicht. Und ich glaube auch, dass er da mit diesem Wagen das Haus spannend wahrscheinlich das Einzige im Kursil, was er seinem Leben jemals gemacht hat. Und das Einzige war im Leben, mit dem er seinen Emotionen leiden lassen, nicht in der Spieße war. Dass er halt so hart nach hinten losging, in so vielen Hinsichten. Und der Eberhofer macht halt nicht nichts anderes, also der Franz macht halt nichts anderes, das er ganz dem Basing geht. Und kommt immer irgendwie damit davon, was, ich glaube, es ist ein Grund für eine. Deswegen, ja, ich verstehe schon, dass er da auch so denkt, so, ja, ist halt alles nicht so geil. Und da tut man dann mittlerweile eigentlich auch schon mehr Leider, wo man den Rest schon über die Leid angehört. Ja, und man muss ja sagen, er hat ja quasi das Klassische gemacht, bei dem Lotto-Zähler hat quasi die Geburtsdaten von seinen Kindern irgendwie genommen. wobei man jetzt sicher bin, ob es wirklich seine zwei Kinder sind, oder das eine ist Panita, und das andere ist die Oschin, das andere ist der Paul, da war ich mir jetzt ganz sicher. Und deswegen weiß er ja auch, dass es diesen Lotto-Zähler geben muss, weil er kann sich ja nicht an diese beiden Geburtsdaten quasi erinnern. Und da hat er halt echt Leid tun, weil das kennt man ja, wenn man halt weiß, es gibt dieses Ding, es gibt diese Sache, aber man weiß halt nicht, wo sie sich im Haus befindet. Also, was mir auch wirklich wehtut für ihn ist, oder Leid tut für ihn, er bekommt ja auch keinen richtigen Rückhalt. Also sein Bruder, das wissen wir, der mag ihn nicht so richtig, sein Vater ist ihm auch irgendwie mehr fremd. Und habt ihr euch darüber nachgedacht, dass die Beziehung von Leopold und der Oma auch mehr so, also fast gar nicht existent ist? Also da habe ich nie was mitbekommen. Ja, das stimmt. Also wenn du sagen würdest, du siehst die Szene am Esstisch und würdest sagen, ja, der Leopold ist Nachbar, der ist zu Besuch, würde man das sofort glauben, weil da irgendwie keine so richtige Beziehung aufgebaut wird. Ja, also die Oma ist schon, also auch wie sie von Franzis über Leopold auch sehr Ismail pur und so, aber es stimmt schon, man kriegt einfach wahrscheinlich auch viel mehr mit zwischen Franz und Oma, zwischen Leopold und Oma einfach, ich denke, dass der Franz trauer Charakter ist. Aber ja, wenn man jetzt sagen würde, dass es mit Freunden bis zu den Nachbarn wieder sagt, hätte ich jetzt wirklich nicht sagen, dass es abwegig wäre. Vor allem auch wie die Oma mit anderen Leuten, die zu Hause kommen, wie er genauso umgeht. Ja, also wie gesagt, Arma Leopold, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Arma Leopold, ja. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas zu Nebenfiguren zu sagen? Ich habe ansonsten mich hier nicht so viel aufgeschrieben, dass der Max feiert in Tschechien, das haben wir schon erwähnt. Moracek macht Moracek Sachen und ist glaube ich auch nicht mehr so richtig im Fokus, das ist wie gesagt kein Schweinskopf al dente und Papa Eberhofer hat halt eben mal kurz eine Szene, wo er sagt, dass er wahrscheinlich der Vater ist und dann kommt die Überraschung, nee, ist er doch nicht. Ja, was ich noch erwähnen will, weil halt irgendwie so die Beziehung so ein bisschen hakt und zwingt Susi an Eberhofer, dass sie zur Paartherapie gehen und leider ist die Therapeutin krank, weswegen ihr Mann, unser lieber Dr. Brunermeyer, die Therapie leitet, was halt sehr witzig ist, weil er zwar irgendwie eine Schulung macht oder man merkt, dass er keine Ahnung hat. Und was mich schon von Anfang an nicht mehr kirchig macht hat, ist, dass er halt so eine gelbe Weste an und die ist halt falsch zugeknüpft. Und das, ich weiß gar nicht, ob wir so einen Vorgänger-Podcast schon mal erwähnt haben, dieser Dr. Brunermeyer ist Drehbuchautor Stefan Betz, der glaube ich seit dem ersten oder zweiten Teil die Drehbücher schreibt. Das ist übrigens ein gutes Beispiel. Das ist so eine Figur, der ist irgendwann mal aufgetaucht, so nebenbei. Der hatte ein, zwei Sätze und dann kam dann mehr und dann noch ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr, bis er dann halt zum Beispiel bei Reragou-Rendezvous wirklich schon, ja, Nehmolle fast schon ist und keine, keine Gaststar mehr. Das ist so diese, so eine typische Figurenentwicklung à la Eberhofer. Ich hoffe sehr, dass sie das, wenn es einen neunten Teil dann vielleicht gibt, Maibums, ich sag nur, wäre es vielleicht ganz schön, wenn sie da ein bisschen zurückgehen, weil sie, es geht zum Beispiel auch anders, zum Beispiel der, der Gerichtsmediziner, der Günther, das ist ein gutes Beispiel, der wird jedes Mal richtig gut eingesetzt, nicht zu viel, nicht zu wenig, hat immer in jedem Teil so seine zwei, drei kleinen Momente und Szenen und das reicht aus, aber er hat jetzt niemals so die Momente, dass er jetzt mit den Jungs auf irgendeinen Selbsterfahrungstrip geht. Ja, aber jetzt hast du mir das geklappt, was ich sagen wollte, weil in diesem Film fehlt er mehr, da gibt es keine Günther-Szene. Ja, weißt du, sie haben die ganzen G's schon über den Titel ausgeschöpft, den Vogelhof geschwalt, deswegen war ich gut erkennt. Also ich wollte schon mal sagen, es wird ja niemand ermordet, aber es stimmt nicht, weil die Mutter, die Nicole stirbt ja auch, aber was willst du dann auch gerichtet werden? Ich wollte jetzt sagen, die hat einen Brand auf, sie hat einen Mann aufgehakt, nicht alles so. Die ist gut durch, ja. Ja. Oh, eine Frage noch, eine Frage noch, Entschuldigung, aber die Nicole hatte ja was früher mit dem Eberhofer. Ja. Ich finde es sehr interessant, wie sich diese beiden Figuren scheinbar in gegensätzliche Richtungen entwickelt haben, oder? Ich kann ja eigentlich schon ziemlich älter, dass die ist, weil die hat ja quasi was mit dem Eberhofer, mit dem Franz Eberhofer, Junior, und halt mit dem Senior. Jetzt weiß ich nicht, was ich schlimmer finden soll. Als ich mal ein kleiner Wachst, dann machen wir sie wollen, der Rorsch. Ja, damals war sie, aber es ist vor 24 Jahren passiert. Gut, ich schätze mal, dass wahrscheinlich eher der Franz Eberhofer näher am Alter von der Nicole, das ist vielleicht Nicole auch die, vielleicht war die ein paar Jahre älter, aber ich glaube jetzt nicht um so viel, als dass sie zum Papa Eberhofer gepasst hätte. Also weiß ich nicht, was damals los gewesen ist, dass die mit dem Papa Eberhofer was gehabt hat. Ja, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, und auch gibt's. Ja. Aber pro Liebe, Liebe geht ja auch durch den Magen. Wollen wir uns mal dem Schmackofatz widmen? Gerne, gerne. Überraschung, wir sehen sehr viele Google-Hups und Überraschung, einige davon werden auch umgenietet, wobei der Titel Gespader ja auch ein bisschen suggerieren könnte, dass die Google-Hups irgendwie zurückschlagen. Tun sie aber nicht, leider. Und ansonsten ist mir kulinarisch nicht so viel in Erinnerung geblieben. Habt ihr irgendwas? Also, ich würde sagen, ich bin lieber Google-Hups. Google-Hups ist Surprise. Einfach, jetzt ist die Christi, Christi, geil. Mit Rosinen oder ohne? Ohne. Alter, wenn, also, wenn es die Leute gibt, die Rosinen-Google-Faktor, dann ist das, also dann, ich meine auch nichts. Irgendwie. Meine Oma hat das gemacht. Doch, würde ich jetzt nicht mal aufschalten, dass es das gibt, also in manchen so was, aber nein. Ich habe letztens drittet ohne in meinem Gesetz und der hat sich die Außen-Aus-Bach, das war irgendwie auch so sieben Weckerl oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich auch gefragt, ist das niederländisch, was so, dass man in seine Gastronomiebeckerl irgendwie aus sieben rein, by the way of the kill. Das ist hier aber bei uns im Rheinland-Aufgang gegeben. Nein, seid doch komisch. Ja, wirklich so, ihr seid so was hiltsam. Ich sage schon, letzte Landestagswahl in Bayern, okay. Also, Google-Hupf, Google-Hupf ist einfach so ein relativ trockener Kuchen. Wenn er gut gemacht ist, ist er lecker, aber er kann einem auch echt schnell versauen. Ich glaube aber, dass es bei Oma Eberhofer kein Problem ist. Nein, ich glaube auch nicht. Wir haben auch alles wieder so gut ausgeschaut und ich hoffe, dass die Google-Hupf, 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 was auch immer, die im Set nicht verballert worden sind, dass die die Kuh zuerst gekommen haben. Ich glaube, ich hoffe, man ist egal, wie sie ausgeschaut haben. Selbst wenn er trocken ist, ich bin ja, ich glaube, ich habe das schon mal nicht hier erwähnt, aber ich habe das so von meiner Oma und bei mir wird alles in Kaffee oder Tee eingetunkt, wenn es geht. Lecker, Frikadelle. Ja, das ist jetzt nett, bitte. Also, du kannst auch den Google-Hupf und den Tee einhalten. Ja, nein, von. Da muss ich auch sagen, da bin ich auch ganz klar Team Theresia. Also, so leicht in Tee, Kakao oder Kaffee tippen, das ist voll cool. Okay, der Bell kann ich mal einreden lassen. Ja, also, Tee, ich trinke ja eh, wenn ich sowas esse, ist ja bei mir das Kaffee, weil ich bin Kaffeetrinker, ich bin nur Tee-Trinker, wenn ich krank bin. Ähm, und da wird alles eingetunkt, da werden dann an Weihnachten wieder dann die Platze eingetunkt und Spekulaties und so weiter. Hast du ein bisschen Schäden oder was? Kannst du dich noch kauen? So, ja, das ist doch ganz toll, ich bin nicht mehr zu tun. Das ist doch sehr gut. Das ist doch sehr gut. Nein, ich bin nicht mehr zu tun. ja, Katja, das ist eine hohe Kunde, aber man darf nicht zu lange eintun. Du hast Platz im Kaffee. Einen dran. Warum hast du nicht mehr leid, dass du da rein musst? Ich meine, das könnte, das ist ganz schlimm. Ja, Aber wisst ihr, warum wir noch gar nicht spekuliert haben? Die Dreharbeiten bei den E-Bauer-Filmen müssen doch super gewesen sein. Das Catering muss doch super sein, oder? Ja, wahrscheinlich, oder? Und dann kannst du nicht so einen Film machen, wenn dann irgendetwas Catering haben. Ja, da gibt es ja immer dann wahrscheinlich zuhauf das, was die da auch sonst, also weißt schon, wie viel Gulasch oder wie viel Käseschmang die da herrichten müssen. Da wird garantiert ein bisschen was übrig bleiben. Ja, glaube ich auch. Aber habt ihr jetzt noch, außer den Google Hubs, noch irgendwas Kulinarisches entdeckt, wo ihr sagt, lecker? Nur das eine Mal, wo es bei der Verfolgungsjagd, wenn es dann, also der Rudi hat ja sein Auto getrackt, damit er es wieder findet und dann maße es sich auf dem Weg in die Tscheche und dann gibt es natürlich Leberkassemmeln. und dann sagt halt die Theresa, Rudi, Leber gehst, das ist totes Tier. Dann gräutzt du aus dem Rudi und dann sagt, da ist alles andere drin, bloß kein Tier nicht. Da sind Sehnen drin, ein Knorpel und das wird dann zermatscht und dann vergeht sogar Franz die Lust auf seine Leberkassemmel. Aber du würdest dich trotzdem in den Kaffee tauchen, sehr schön. Es ist nur Gebäck und nichts anderes. Ja, so eine Semmel ist ja auch Gebäck. Oh mein Gott. Aber ich bin da tatsächlich auch bei Team Theresia und naja, das lassen wir Karte die Wagen. Es wäre komisch, wenn ich jetzt das mal mit dir im Team bin, wie das letzte Mal war es mit der Kati wegen keinen Rosinen irgendwo und jetzt bin ich mit dir wieder im Team. Das ist so komisch. Nur, dass du siehst und es ist eigentlich so schön, oder? Ja. Katharina, wir sind uns beide einig, dass du eine sehr tolle Mutter hast. Da sind wir uns einig. Ja, gut. Und wir sind uns jetzt auch einig, dass wir damit Schmackofahrt abgeschlossen haben. Leider nicht so ergiebig. Ich habe das Gefühl, die älteren Eberhofer haben da noch ein bisschen mehr zu bieten gehabt, oder? Ja, stimmt, ja. Also, muss man sagen, was ist in dem Film, also die Oma und der Papa Evo kommen zwar vor, aber haben wir jetzt auch gerade nicht so den Fokus wie sonst. Also, da wird dann wieder, war jetzt wieder mehr auf die anderen Charaktere gelegt. Aber du hattest ja auch mit dem Lotto-Otto und mit dem Flötzinger echt viel. Das ist schon irgendwie seltsam. Wenn der Pathologe nicht dabei ist, ist das Essen nicht so gut. Tja. Wenn es keine toten Leute gibt, dann kommt man auch nichts auf den Tisch. Ja, auf der anderen Seite ist es auch echt schwer, tote Leute in den Kaffee zu trinken. Du brauchst echt eine große Tasse. Ein paar, die Wanne. Ja. Ich verspeise seine Leber mit einem Pavela-Boden und einem Chianti und ab und zu tukne ich sie in den Kaffee. Makrofatz. Das wäre schön, wenn wir heute ein bisschen zerbauen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten, vorletzten Punkt, nämlich was der Preuß noch wissen will. Was? Der Preuß noch wissen wollt? Ich habe tatsächlich jetzt nichts so Großes gefunden, was ich jetzt unbedingt wissen muss oder will. Eine Frage, und zwar, ich kenne ja auch Google-Hupf. Also für mich ist Google-Hupf jetzt kein spezifisch bio-varischer Kuchen. Deswegen eine Frage, gibt es irgendeinen Kuchen, Theresia, wo du sagst, das ist wirklich ur-bayerisch? Boah, ich glaube nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, wir haben natürlich immer unsere eigenen Namen dafür, aber ich glaube, so einen speziellen bayerischen Kuchen wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, selbst Dampfnudeln oder Dornudeln, glaube ich, würde es ja auch woanders geben, oder? Ja, schon. Kaiserschmarrn ist für mich schon wirklich so österreichisch Bayern verortet. Dampfnudeln würde ich auch noch so, also die gibt es auch bei uns, aber die haben auch so dieses bayerische Flair, Leberkäse natürlich sowieso, aber Gugelhupf ist für mich halt so was universell deutsches, würde ich sagen. Also Marmorkuchen, Gugelhupf ist so für mich so deutsche Kuchen, die gibt es halt im Schwarzwald genauso wie in Ostdeutschland oder in der Nordsee. Ja, ich weiß nicht, wie der hochdeutsche Begriff ist für Zwetschgendadji, da bin ich mir jetzt sicher. Pflaumenkuchen? Ja, es ist halt so ein Blechkuchen mit so einem Rührteig, wo halt dann so halbierte Zwetschgen quasi Neigsteckte und dann wird das alles gebacken. Heißt bei uns Pflaumenkuchen, also ich kenne das als Pflaumenkuchen. Siehst du? Ja, dann ist die Bayouarische Kulinarik doch nicht so reichhaltig, wie wir gedacht haben. Also ich kenne mich halt einfach nicht aus, weil ich halt keine Bäckerin bin, aber mir würde jetzt auf Ad-Hoc kein spezielles Gebäck oder so einfallen, wo ich sage, boah, das gibt es nur in Bayern. Kirchel. Was ist denn Kirchel? Es ist so Schmalzgebäck, das ist quasi so ein quasi im Sieden ein Fett rausgebackene Kirchelhäut. Fällt mir verdammte Axt. Also so was wie ein Krapfen? Ja, so ähnlich. Okay, gut. Auszogen, du warst auch in Bayern. Okay, ja, dann wieder was gelernt und ich mache jetzt besser weiter, weil ich sehe es schon kommen, dass es dann damit endet, was ist ein Pfannkuchen und was ist ein Berliner? Ja, das Gespräch hatte ich gestern wieder. Oh Gott. Das war wieder, also das endet nicht gut. Okay, dann kommen wir jetzt zu etwas, was hoffentlich gut ändert, nämlich dem Fazit. Das Fazit. Ja, das letzte Mal Fazitzeit bei die Oberwart nicht geschubst und der will anfangen. Ich will dann anfangen. Ich weiß nicht, ob es die Tatsache ist, dass ich den im Kino gesehen habe, dass ich den mit der Therese gesehen habe oder der letzte ist der Nix, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist mein liebliches Eberhoffektor. Ich mag alles an dem und allein diese Szene, ich bin ein unbeirrlicher Brechter, darüber kann ich immer noch lachen und ich kann die hundertmal schauen und kann immer noch drüber lachen. Deswegen ist das, glaube ich, wenn auch nicht mit Sien abstand, aber ich glaube trotzdem mein liebliches Eberhoffektor. Und ich bin schade, dass ich den neuesten Drehung oder den ich im Kino geschafft habe, weil das jetzt immer noch ein anderes Erlebnis ist. Aber ich freue mich auch, die zu sehen. Dresia, bitte. Okay, ja, ich bin leider nicht so ganz bei Kati, also ich mag den auch, aber er rangiert bei mir eher so im Mittelfeld, in so meiner gedanklichen Liste. Er macht schon auch Spaß, ich finde auch den Kriminalfall wirklich interessant, mit dieser, er schuldet Geld und dann ist das noch im Casino und er könnte seine Schulden abbezahlen und dann packt er mir die Spielsucht und so weiter, also der Kriminalfall ist sehr gut. Manche Charaktere haben für mich zu viel Screentime, also wie gesagt, das Ganze drumherum war ein Flötzinger, dass der halt seine Millionen gewonnen hat und hier so sein Umstyling hat und seine Allmachtsfantasien ausleben will, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das hat dann so ein bisschen auch den Unterwaltungswert für mich dann gemindert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Deswegen ist er bei mir nur so im Mittelfeld, aber immer noch ein guter, solider Eberhofer und kann man sich immer wieder gerne anschauen, weil es gibt wirklich Szenen, die auch mich wieder sehr zum Lachen gebracht haben. Okay. Ja, bei mir ist er im oberen Drittel. Also für mich ist er glaube ich nicht der Beste, aber er spielt schon in der Champions League die Eberhofer-Filme mit, für mich ganz klar. Ich glaube sogar, dass er anders wie jetzt Reragou-Rondezvous bei jeder Sichtung vielleicht dazugewinnen könnte, aber so oder so ein starker Film, ein guter Eberhofer-Film und ja, werde ihn irgendwann gewiss noch mal gucken und freue mich sehr dann in ein paar Wochen, wenn Cati die Reragou-Rondezvous im Heimkino nachgeholt hat, mit euch dieses Ranking spezial zu machen. Das findet ihr dann wieder bei uns beim Tele-Stammtisch. Es ist Zeit auf Wiedersehen zu sagen, zumindest hier bei Niederkalten Kirchen. Es war mir eine große Freude mit meinen beiden Kolleginnen zu machen. Danke da draußen fürs Zuhören. Danke den Eberhofer-Machern, dass sie diese Reihe machen. Wir hoffen alle, dass es eines Tages weitergeht. Aktuell gibt es noch leider nichts Neues dazu, ob es einen neuen Eberhofer-Film geben wird. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr vermutlich darauf verzichten, aber vielleicht in zwei, drei Jahren kommt dann vielleicht ein neuer Film und ich muss sagen, so eine Pause tut der Reihe vielleicht dann auch mal ganz gut. Danke auch an Kathis Mutter fürs Zuhören und für das Schicken dieser ganzen Fotos. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Sie haben einen guten Job gemacht, nicht bei der Erziehung Ihrer Tochter, aber bei allem anderen glaube ich doch, dass Sie da wirklich eine gute Person sind und ja, ich sage danke. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, außerdem haben eine eigene Webseite www.tele-Stammtisch.de Ich sage Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und der Kati gebührt das letzte Wort. Tschüss. Also ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören, wie wir beim Aufnehmen und bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude und wir freuen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, tschau, tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Applaus Ebensof Ebensof Untertitelung des ZDF, 2020